Ja, ich darf wieder lesen. Und zwar hat mich heute der liebe Jens eingeladen, das ist der Jens Faber-Neuling, aus seinem bald erscheinenden Band Schattenglanz vorzutragen. Der Jens ist nicht nur ein Bewusstseinstrainer und Kulturvermittler höchsten Ranges, sondern er ist auch selbst ein Lyriker und Aphoristiker und schreibt sehr viele meditative Gedichte, über die man lange nach Sinnen, Nachdenken, Nachspüren kann. Ich habe ausgesucht, zwischen den Gedanken. Zwischen den Gedanken, da halte ich mich auf. Auf der Kante der Medaille, zwischen Kopf und Zahl. Da wohne ich, im Nichts, zwischen den kleinsten Teilchen. In den Lücken der Null besitze ich den Raum der Unendlichkeit. Die Ursachen der Ursache, das Immerfort und Nimmermehr. Das Grenzenlose ist meine Verbindung Freiheit.